Musik 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 K bonus Musik Musik Der Gegner, der Gegner war der Meinung, dass sein Wund die Schuld sei, von das mein Wund die Schuld sei. Aber ich würde sagen, dass es da nicht mehr Schuld sei. Die gehen ihren Instinkten nach, ihren Verziehungen, ihren Ungefallen nach und da gibt es keine Schuld. Sondern die Versicherungen sind dazu da, wenn mein Wunsch einen Schaden bei irgendeinem anderen anrichtet, egal ob der Schuld war oder nicht der andere, kann nicht mehr eine Schuld sein. Aber so ist es halt, wenn wir mit ihm. Da gibt es jetzt noch eine gute Erwartung, das ist unglaublich. Und deswegen muss sein Wund jetzt dann. In der Regel ist es so, dass die davon ausgehen, weil die Versicherungen das beide schuld sind. Aber dass der schwerere Hund wegen der größeren Kraft auch die größeren Verletzungen anrichtet. Und deshalb ist es so, bei 35 Kilo zu 9 Kilo machen sie das so, dass der Gegner ist, was ich schon 75 zahle. Und wir 25 selber machen müssen. Und das ist so, naja. Das ist gut. Aber ich glaube, da war das so. Das ist jetzt das 10 Kilo nach Erb.'s Kaffee Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020